Hallo, ich bin der Philipp und wir sind heute in einer Lehrwerkstatt. Wir bearbeiten heute Metall und da machen wir eine falsche... Ich habe hier verschiedene Werkzeuge. Also, Pfeilen, Sägen und auch so Bürsten zum Saugermachen und kann ja auch Kondor-Abstoff einsparen. Ja, und dann kann ich hier... Ich bin jetzt gerade... Ich habe schon gebohrt. Jetzt rüber an der Bohrmaschine. Da bohren wir Löcher vom Durchschnitt. Ne, drei Millimeter halb. uran-Umerin Untertitelung des ZDF für Kami aus Fremont Schulfsitzschmerz Ja, in das in der Kampung des ZDF für Kami good. Oh, das in der Kampung des ZDF für Kami aus. En der Kampung des ZDF für Kami aus Fremonten